W3er Klauschweiner Oh, Party vorbei. Nee, doch nicht. Jo, Jo, Jo. Finger in der Po. Da gibt es steil. Die Luft ist rein! Rein ist die Luft. Kampo. So. Graphic Pack. Was soll ich sagen? Du bist Freiwilliger. Folge dem Pfad. Seit wann bin ich Freiwilliger? Ich weiß nur, dass ich es sowieso machen muss. Achso. Naruto. Fuck Erdbeben. Äh, wenn du mich verprügeln willst, dann mach's aber auch richtig und nicht so nubig hier. Denn ich bin dein Vater. Ach, fuck. Ja, ich bin tot. Ich hab's nicht geschafft. Scheiße. Bin ich ein Noob, ey. Großes Maul nicht da hin. Mit Modularwaffen kannst du nimmer zoomen. Jetzt zeig ich's dir hin. Ah, ich hab alles gleichzeitig gedrückt. Das kann man auch nicht machen. Ach, Mann. Du bist gestorben. Nee. Erdbeben. Und die лучше Tools sind. Ich habe bells and leid. Das war dabei. Ja. Nein Nein Macht man einmal was falsch Dann ist aus Dieses Ding hier ist so dumm Ich komme darauf gar nicht Zurecht sowas zu machen in jedem Spiel Warum muss man sowas In Spielen einbauen Das ist doch sinnlos Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Hey Da geht auch hart zur Sache Ich weiß jetzt nicht wie ich rauskommen soll Okay so Ihr schießt drauf ich guck zu Ne ist so langweilig Okay doch okay Und auch nur weil ich es kann So Oh So Ihr geilen Nougat schnitten Aua Okay so Das ist super. Die, Bitch. Die. Ja hoffentlich Mg-Man ist nur der Ezeh Hoi Ik zei niks Ohne Leure-Waffen können überhitzen Wow Mission Ausstand Da biemen wir jetzt an der Tür Nein 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 Wir haben Eine